Guten Tag. Ich schaum wieder da. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Ja, hallo liebe Fanatics, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Und auch heute wollen wir wieder fast live und fast in Farbe hier aus dem Benanza-Bus eine neue Folge aufnehmen und zu euch bringen. Und für die, die uns noch nicht kennen, bei 90 Minuten Hardcore geht es um die gefühlvolle Seite des Fußball. Das Zitat ist entnommen aus dem wunderbaren Film Bang Boom Bang, einer großartigen Szene, in der Keek, der Hauptdarsteller, sich einen Kifferfilm eigentlich ausleihen will. Und dann einen wunderbaren Porno angeboten bekommt, namens Eingelocht. Der Titel oder die Begleitkommentare waren 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Und wir dachten uns, das passt doch auch wunderbar auf die zweitschönste Nebensache, nämlich den Fußball. Und heute bin ich nicht alleine in diesem Bus, sondern ich habe meinen alten Weggefährten und Freund dabei, fertig für ein Interview, für ein Gespräch der besonderen Art, wir wissen es noch nicht, den lieben Samme. Hallo. Hi. Also, Fußball ist unser Thema, aber nicht im Sinne einer Sportschau, sondern im Sinne von, was uns der Fußball bedeutet, wie uns die Gefühle dabei überkommen. Und vielleicht als Einstieg, ich weiß, du bist nicht nur Fußballfan, sondern auch Fußballspieler. Wie bist du denn eigentlich als kleiner Panz zum Fußball gekommen? Als kleiner Junge zum Fußball. Das ist ja etwas, was eigentlich an einem schon gar nicht so richtig vorbeigeht. Ich frage mich eher, wie kleine Jungs nicht Fußball spielen können. Aber dazu kommt, dass auch bei uns noch eine familiäre Belastung dazu kommt. Ein Onkel, der mal als Profi gespielt hat und natürlich ein großes Vorbild war, sodass wir im Fußball wirklich, da ging kein Weg dran vorbei. Dazu kommt noch mein bester Kumpel. Der konnte richtig gut kicken. Der war immer eine Klasse besser als ich. Und dann hat man sich nach der Schule regelmäßig getroffen, Ball raus, ab auf die nächste Wiese und kicken. Etwas anderes gab es eigentlich nicht. Ja, da kann ich mich gut dran erinnern, auch bei mir. Aber kannst du vielleicht irgendwie in Worte fassen, wie dieses Gefühl ist, jetzt jenseits vom Fußballfantum erstmal einfach gegen so einen Ball zu treten? Das ist ja, das verstehen ja Leute, die nicht aktiv Fußball spielen oder aktiv Fußball gespielt haben, verstehen das ja im Zweifel gar nicht, dass da 22 Bescheuerte hinter so einen Ball herrennen und einfach da total stundenlang drin aufgehen, bis zur Erschöpfung da kicken können und sich freuen, wenn dann irgendwie nach einer halben Stunde hin und her geplänkelt, Mittelfeld geplänkelt, wie man so schön sagt, das Ding mal im Kasten landet. Hast du dir schon mal die Mühe gemacht, das in Worte zu kleiden? Tja, wie kann man das in Worte kleiden? Also man wird vielleicht nicht ganz schon zu Unrecht ein bisschen blöd angeguckt, wenn man beschreibt, dass man zum Beispiel es einfach ein saugeiles Gefühl findet, wenn man so einen Ball auf kurzer Entfernung so richtig schön ans Lattenkreuz hämmert und es so richtig schön kracht. Dieses Krachen von dem Alu, das ist einfach so geil, das ist schon fast geiler, als wenn der Ball in den Winkel geht. Also Lattenschießen und solche Sachen haben wir ja auch früher gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat und das ist schwer zu beschreiben. Es ist einfach ein großartiges Gefühl, wenn man die Pille am Fuß hat, wenn man sie im Tor unterbringen kann. Das ist ja etwas, was selbst für diejenigen, die wie ich eher im defensiven Bereich dann gekickt haben, trotzdem immer noch das Schönste an Kirsche zu machen. Und das ist in der Tat, das sind 90 Minuten pure Gefühle, pure Emotionen. Die kann man schwer in Worte fassen. Also bei mir ging es teilweise oder geht es auch heute noch teilweise sogar so weit, dass ich nachts träume. Ich habe dir das schon mal beschrieben, wie ich mit der Brust einen Ball aus der Luft annehme, so abtropfen lasse und dann mit so einem Seitfallzieher im Lattenwinkel unterbringe. Das ist so ein Ablauf, der sich vor meinem geistigen Auge immer wieder wiederholt. Und es ist so, als ob ich dieses Tor zwar vielleicht noch nicht in meinem Leben, in meiner aktiven Karriere geschossen habe, aber als ob ich es noch irgendwann schießen werde. Und es begleitet mich. Und dieses Gefühl dabei, auch da muss ich dir beipflichten, das kann man schwer in Worte fassen, weil das ist so ein bisschen greifbar, aber es ist nicht beschreibbar wirklich. Das kennen wahrscheinlich Läufer auch, wenn sie durch die Gegend rennen. Da fragt man sich auch, was kann daran Spaß machen, irgendwie 20 Kilometer durch den Wald zu rennen. Ist total eintönig, aber auch denen wird ja dabei irgendwas abgehen und irgendwie ein Gefühl bei ihnen auslösen. Vermutlich kann ein Chemiker das sogar auch oder ein Biologe das auch biologisch erklären. Aber definitiv hat auch das Fußballspielen eine sehr große emotionale Komponente. Ja, definitiv. Und eigentlich eine schöne Facette, die du da ansprichst mit den Träumen. Das zeigt ja auch wieder, welche Priorität und welchen Stellenwert Fußball bei denen hat, die ihn kicken, die ihn lieben. Also wenn ich überlege, wie oft ich schon in meinen Träumen beim FC oder in der Nationalelf gekickt habe und der Matchwinner war, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, genauso wie es auch schon vorgekommen ist, dass ich unbedingt auf den Platz muss und die Schuhe nicht gebunden kriege oder sie zu Hause vergessen habe oder sonst was. Der Horror schlechthin, also man muss schon sagen, Fußball und Emotionen, das gehört einfach zusammen. Und das lässt sich ganz schwer beschreiben, aber es hat auch sicherlich sehr viel mit Endorphinen zu tun, mit Glücksgefühlen, die beim gewonnenen Zweikampf bei einer geilen Grätsche, bei einem wunderbaren Tor ausgeschüttet werden. Also es ist schlicht und einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, spielst du eigentlich heute noch aktiv Fußball? Nee, leider nicht mehr. Die Knochen machen das nicht mehr mit. Eigentlich schade, aber andererseits bin ich auch in einem Alter, wo das jetzt nicht mehr unbedingt sein muss. Da reicht dann jetzt das passive Fußball. Okay, also du würdest sagen, das ist jetzt für dich kein negatives Gefühl, nicht mehr hinter ein Bällchen herlaufen zu können? Also das war es sicherlich zu Anfangs, aber man gewöhnt sich ja an alles. Ja, also bei mir, ich teile halt auch dieses Schicksal, habe mir meine Knie auch beim Fußballspielen ruiniert und kann schon viele Jahre nicht mehr wirklich aktiv spielen. Aber ich muss gestehen, mir schmerzt, mich schmerzt das heute noch. Auch das ist so eine Emotion, die mir zeigt, dass Fußball irgendwie was Besonderes in meinem Leben ist. Also ich kann ja auch andere Sportarten teilweise nicht mehr so machen. Basketball habe ich auch sehr viel gespielt. Aber gerade wenn ich auch in unserem Alter, wir sind ja so mittelalte junge Männer, wenn ich auch in unserem Alter andere Leute da im Park Fußball spielen sehe, das ist schon nach wie vor für mich so ein Stechen. Das geht dir jetzt nicht so? Nein, nein. Also ich glaube, die Zeit habe ich hinter mir, das war auch mal so. Aber ich komme damit gut klar. Man kann im Fußball ja trotzdem noch aufgehen. Also der Stadionbesuch ist natürlich etwas Unvergleichliches und auch jenseits des Stadionbesuchs kann man mit diversen Tipprunden Kicker-Manager spielen und weiß nicht was. Man kann mit Fußball so viel Zeit verbringen, auch ohne, dass man selber vor das Leder tritt. Das kriegt man schon auch so ganz gut hin. Ja, also du sprichst es selber an. Uns verbindet ja auch eine weitere Gemeinsamkeit neben dem aktiven Fußballspielen und dem Fakt, dass wir es nicht mehr tun können. Nämlich unsere Liebe, unser Mitfiebern für den 1. FC Köln. Und das ist ein Klub, der in den letzten 20 Jahren sechsmal abgestiegen und zum Glück auch sechsmal wieder aufgestiegen ist, gerade jüngst. Was ist was? Fußball hatte ich vor Jahren mal in der Hand. Diese wunderbaren Bücher. Und unter dem Label Fahrstuhlmannschaft haben die Schweine allen Ernstes den 1. FC Köln als Beispiel aufgeführt. Ja, wie kommen die nur dazu? Wie kommen die dazu? Das ist aber schon ein paar Jahre her, da waren die noch gar nicht so oft abgestiegen. Aber jetzt mal die Frage an dich als Fußballfan. Wie fühlt es sich an, Fan einer Fahrstuhlmannschaft zu sein? Einerseits bescheiden. Also die erste Emotion ist sicherlich die, dass man das eigentlich nicht sein möchte. Aber andererseits, wenn man dann mal ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann bedeutet Fahrstuhlmannschaft ja auch, dass man immerhin noch dabei ist und noch lebt. Wenn ich gucke, die Bundesliga hat sich wahnsinnig verändert. Da sind so viele Mannschaften, die jahrelang, ich weiß nicht, vielleicht sogar Jahrzehnte die erste Liga gekickt haben, abgestiegen sind und es dann eben nicht mehr hingekriegt haben, die jetzt dann teilweise Regionalliga spielen. Und ebenfalls großartige Klubs waren und vielleicht auch noch sind, für ihre Fans auf jeden Fall noch. Und Fahrstuhlmannschaften haben immerhin das Glück, dass sie wiederkommen. Dass sie auch vielleicht dann mal für ein paar Jahre wiederkommen, wie jetzt die Stöger-Ära in Köln. Und insofern kann man das wie immer auch von zwei Seiten betrachten. Einerseits, diese Abstiege sind natürlich immer das Furchtbarste. Aber immerhin, man bleibt noch dabei. Der FC ist offensichtlich nicht so leicht kaputt zu kriegen. Und man denkt immer, es müsste alles viel besser laufen. Aber immerhin, dank der wirklich tollen Rahmenbedingungen, die ja eigentlich herrschen, schafft der Klub es immer wieder auf die Füße zu kommen und immer wieder hochzukommen. Und ich glaube auch noch weiter daran, dass da der Tag kommen wird, an dem man wirklich dieses sich etablieren, was man immer versucht, dass man das auch hinkriegt. Wobei auch, wenn man sagen muss, der Fußball, die Bundesliga, das hat sich so verändert, jetzt gerade mit Klubs, die dazukommen, wie Leipzig, Hoffenheim und andere. Da bleibt auch einfach weniger Raum für die typischen Traditionsklubs, dass die eben anders ihre Finanzen regeln müssen. Und insofern, also todunzufrieden bin ich jetzt nicht. Aber es könnte natürlich besser laufen und ich hoffe, dass wir diesmal ein paar Jahre mehr schaffen. Ja, ich glaube, Fan einer Fahrstuhlmannschaft zu sein, insbesondere wenn die gerade wieder aufgestiegen ist, also den Fahrstuhl nach oben genommen hat, ist sicherlich angenehmer als in dem Moment, wo der Fahrstuhl nach unten ging. Weil man weiß ja irgendwie auch nicht, auch wenn man schon vier, fünf, dann sechs Abstiege miterlebt hat mit seinem Verein, ist es diesmal aus? Also schaffen sie den Turnaround das sechste Mal, kommen sie wieder hoch oder etablieren sie sich im negativen Sinne in der zweiten? Oder wie andere auch sehr namhafte Klubs gezeigt haben, dann auch dritten, vierten Liga und werden nach unten durchgereicht. Das weiß man ja erst in der Nachbetrachtung. Und insofern gebe ich dir natürlich vollkommen recht, wenn du Fahrstuhlmannschaft bist, dann heißt das, du kommst auch wieder hoch. Du nimmst den Fahrstuhl auch nach oben, wohingegen als Momentaufnahme wahrscheinlich das auch emotional nicht immer so leicht zu verkraften ist. Und insbesondere, wenn man natürlich das Gefühl hat, man hat sich aus Versehen, man hat sich sozusagen verdrückt, man ist zu Unrecht in den Keller gefahren und es hätte nicht sein müssen. Ja, es geht ja um Gefühle und vielleicht, wenn wir über Gefühle sprechen, hast du ein ganz besonderes Erlebnis im Fußball als Aktiver oder als Fan vor Augen, was dich heute noch umtreibt, wo du heute noch gerne dich dran zurückerinnerst oder irgendwie einen besonderen Erfolg in deiner Fußballerkarriere oder auch vielleicht als Fan, als Fußballexperte. Denn als solchen würde ich dich auch einschätzen. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Fußball und hast da oft eine sehr ausgewogene Meinung zu. Also was wäre für dich so der größte Erfolg, das größte Highlight, was dir der Fußball gebracht hat? Ja, also da ich mich eher in den Niederungen der Kreisliga hier herumgetrieben habe, sind die Erfolge nicht so wahnsinnig spektakulär. In der Jugend haben wir mal einen Pokal gewonnen, das war schon toll. Und wenn man dann mal so als Underdog dann nochmal einen großen geschlagen hat, das war auch großartig. Oder die eine oder andere Meisterschaft, weiß nicht, Aufstieg in die erste Kreisklasse oder ähnliches. Das sind tolle Erlebnisse, wo man dann vor allem richtig geil mit den Kumpels abfeiern kann. Das ist ja dann noch sozusagen die dritte Halbzeit, die ja mindestens so wichtig ist wie der Aufstieg. Andere emotionale Highlights sind sicherlich bei meinem Lieblingsklub zu suchen, beim FC. Da gibt es sicherlich so einige. Also das erste Highlight war natürlich der Pokalsieg seinerzeit, der letzte Pokalsieg vom FC Köln, den ich Anfang der 80er, wann war es? 83, kann das sein? Noch gut miterlebt habe. Und dann waren es vor allem die Spiele im UEFA Cup, so gegen Roter Stern Belgrad. Das Hinspiel 2-0 verloren, 3-0 dann im Rückspiel gewonnen. Das war ein großartiges Match. Leider meinst du damit, die Spiele, die vor über 25 Jahren stattfanden, nicht die aus der letzten Saison? So ist es. Also das sind tatsächlich so die Highlights. Es gab ja tatsächlich auch eine Ära, in der wir auch unseren Rivalen vom Niederrhein, die Gladbacher, mal eine zumindest kürzere Zeit wirklich ganz gut im Griff hatten. Das war die Zeit mit Thomas Hessler, Jürgen Kohler in der Mannschaft. Also da waren wir richtig stark, Flemming Paulsen. Und da weiß ich noch, haben wir in einem Heimspiel mal ganz locker Gladbach, glaube ich, 4-1 geschlagen. Das sind so Momente, ganz große und emotional, sehr emotional war auch seinerzeit der Abschied von Thomas Hessler, von Icke aus Köln im Heimspiel. Ich glaube, er hatte sogar noch eine Bude markiert. Und ich hatte meinen Bruder damals in der Südkurve, wir hatten ihm transparent gemalt, Icke, du bist spitze, es hing am Zaun. Und als er dann die Ehrenrunde gemacht hat, bin ich hin, an den Zaun, transparent abgerissen und ihm zugeworfen. Es hat irgendjemand nicht eher aufgehoben und mitgenommen auf der Runde. Und abends dann in der Sportschau oder Sportstudio war es, ich weiß es nicht mehr, sieht man dann die Feierbilder aus der Kabine vom FC. Und die Mannschaft hält unser Transparent hoch mit Icke, du bist spitze und singt irgendwie die Vereinshymne oder so. Das war natürlich genial. Damals waren wir noch sehr jung, das ging uns natürlich runter wie Öl, wir waren stolz wie Oskar. Das sind emotionale Momente, die man natürlich nicht vergisst. Manchmal sind es auch weniger große Momente. Das kann ja auch irgendein eher unbedeutendes Spiel sein, was man in den letzten zwei Minuten von 0-1 noch in 2-1 umbiegt und wo man dann einfach sich nur in irgendwie einer Traube in den Zuschauerrängen wiederfindet. Also da gibt es sicherlich noch einige Highlights, wenn man darüber nachdenken würde. Wir hatten ja die Frage eingangs schon, was den Fußball generell anbelangt. Kannst du dich noch erinnern, wie du Fan von diesem Verein geworden bist? By the way, dies ist kein erster FC Köln Podcast. Wir werden auch über andere Mannschaften sprechen. Aber heute wird es zwangsläufig ein bisschen auch um den besten Klub vom Rhein gehen. Aber ich kann euch versprechen, wir werden andere Themen behandeln. Aber weißt du noch, man sagt ja immer, der Verein sucht sich einen selber aus. Vielleicht war es in deinem Fall mit der familiären, in Anführungsstrichen, Vorbelastung auch gar keine alternative Fan eines anderen Vereins zu werden. Hast du da noch einen Moment irgendwie vor Augen, an dem man das festmachen könnte, wo du dann aktiv dich für diesen Klub entschieden hast? Also ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass der Onkel beim FC gespielt hat. Wenn auch nicht allzu lange, aber eine Saison. Und damit war man schon mal ziemlich vorbelastet. Dann im Fußballverein bin ich in die E-Jugend eingetreten. Und da war dann auch der beste Mann im Klub, in der Mannschaft, der war auch FC-Fan mit FC-Trikot und allem drum und dran. Und da hat sich das dann relativ schnell so ergeben. Also FC-Fans in der Mannschaft, im Verein, der Onkel, Kicker beim FC gewesen. Das sind Fakten, an denen kann man nicht vorbeisehen. Das glaube ich, ja. Du bist schon lange auch Fußballfan, begeisterter Fußballschauer, Fußballkonsument, aber eben auch regelmäßig vor Ort bei Weltmeisterschaften gewesen oder auch Bundesligaspielen. Kannst du dich aus dieser Zeit an irgendwelche besonderen Anekdoten erinnern? Und ich habe das in der letzten Folge schon erzählt, dass ich diese Anekdoten, die der Fußball schreibt, vielleicht gar nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz, bei den Fans, unter den Fans im Vorfeld, vielleicht auch am Rande von einem Fußballspiel, dass ich die auch unglaublich interessant finde und für mich auch eben zu dieser Faszination Fußball gehören. Hast du da in deiner langen Karriere als Fußballfan irgendwas, irgendwas, was dir da jetzt sofort in den Kopf schießen würde, was du da schon mal erlebt hast? Wir hatten viele lustige Momente, viele Anekdoten. Da ist es jetzt schwer, welche hervorzuheben. Also die Auswärtsfahrten sind, das ist vielleicht ja auch so ein Phänomen, was Fans kennen. Die sind ja häufig doch noch mal lustiger, als das Heimspiel zu besuchen. Was da alles teilweise passiert schon auf der Anreise. Und also da sind schon einige lustige Geschichten gewesen, wenn dann beispielsweise, naja, man kann es sich vorstellen, im Bus wird schon ganz ordentlich, also Bierchen konsumiert, natürlich nicht der Fahrer, ja. Also mit Bus meine ich dann so Minibus, wir waren meistens privat unterwegs. Und wenn man dann noch nicht ganz am Ziel ist und steht im Stau und dann gehen an der Ampel alle Türen auf, weil sich einige einfach nicht mehr zurückhalten können und erst mal ihre Notdurft lindern mussten. Das sind Situationen, das findet man vielleicht, wenn man da als Spaziergänger gerade vorbeigeht, nicht so komisch. Aber wenn man in dem Bus sitzt und die Leute kennt und die Stimmung kennt, das sind ja teilweise ganz, ganz verrückte Geschichten, die da so entstanden sind. Das ist ja auch oft das Gequatsche, so vor dem Spiel, nach dem Spiel. Also das kann man sicherlich schlecht in so einen Podcast transportieren. Das müsste man live mitschneiden. Aber auch das, während man beim Spiel vielleicht oft sehr konzentriert ist und dann die Emotionen aus einem rausbrechen, wenn was Positives oder Negatives passiert, ist man ja vor und nach dem Spiel in so einer, ja, entweder Erwartungshaltung oder nach dem Spiel gegebenenfalls Enttäuschungshaltung. Aber man ist zumindest in der Lage, sich besser zu artikulieren, aber auch heiß zu machen, auch platt gesagt Quatsch, Scheiße zu labern, einfach mal so sich auf Stimmung zu bringen. Und da sind ja teilweise auch Dialoge dabei, die unglaublich witzig und situativ komisch sind. Und die, weiß ich, für mich zumindest auch die Fußballbegeisterung mitprägen, dieses Geschwätz, dieses, ja, man kann es nicht anders sagen, Gelaber, auch vielleicht hier und da Gegröle vor dem Spiel. Ja, das ist absolut, da triffst du den Punkt. Und ich wette, dass die Fußballfans im Lande, die das hören, die auch mit ihren Vereinen zu einigen Ausheitspartien vor allem auch mitgereist sind, und die werden das so unterschreiben können. Dieses unglaublich qualitativ hochwertige Geschwätz vorm Spiel, gerne auch mit der einen oder anderen Flasche Bier, wird es dann ja noch ein Niveau voller. Das muss man erlebt haben, das muss man gefühlt haben, um zu verstehen, wieso dieses ganze sinnlose Zeug, wieso das so einen hohen Stellenwert hat. Aber das ist, das ist unvergleichlich. Einfach, das ist dann in dem Moment Treffpunkt, alle ab ins Auto und los geht's. Da lässt man erstmal alles hinter sich. Dann, was weiß ich, den Job oder was man zu Hause gerade an Projekten hat, das ist dann alles gerade weg. Für die Zeit, bis man wieder zurück ist, wird das alles ausgeblendet. Und dann wird losphilosophiert über den Fußball, dann wird Quatsch erzählt. Und dass das nicht immer jugendfrei ist und nicht immer alles besonders niveauvoll ist, ist auch klar, aber das gehört dazu und macht ehrlich gesagt auch den Reiz aus. Man hat ja im Alltag sonst auch nicht die Möglichkeit, mal einfach den gottenlieben Mann sein zu lassen und so drauf los zu schwätzen, wie einem der Mund gewachsen ist. Und in der Tat, da sind Formulierungen und witzige Szenen entstanden. Die kann man in so einem Podcast leider nicht transportieren. Aber ich glaube, ihr da draußen, die ihr mithört, ihr wisst, glaube ich, genau, was gemeint ist. Das Thema Emotionen und Fußball. Ich hatte es schon gesagt, wir sind Fan einer Fahrstuhlmannschaft, zumindest wenn man der Definition von was ist was glaubt. Wie bist du in der letzten Saison, wo der Fahrstuhl nach unten ging, damit umgegangen? Man geht ja vor dem Spiel immer ins Stadion oder zumindest zum Fernsehgerät, zum Radio und denkt, okay, heute schafft man vielleicht den Turnaround, heute wird der Sieg eingefahren. Und dann ist es in so einer Abstiegssaison halt allzu oft so, dass man dann doch sehr enttäuscht wird. Und mir ist es früher so gegangen, dass mir das wirklich das komplette Wochenende verhagelt hat. Das ist heute deutlich besser geworden, je älter ich geworden bin. Aber wie ist das für dich ganz persönlich? Also dein Lieblingsverein verliert. Die Hoffnungen, die man sich vor dem Spiel vielleicht auch in so einem Trash-Talk gemacht hat, die Erwartungen, die man da ausgetauscht hat, die Vermutungen sind enttäuscht worden. Und dann sitzt man da. Das Spiel ist aus. Aber das Wochenende, die Familie, alle sind natürlich noch da und wollen dann, dass man wieder normal funktioniert. Wie ist das dann bei dir? Kannst du dann sofort abschalten oder hängt dir das dann auch noch ein bisschen nach? Ja, das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen mit der Familie zum Beispiel. Also das Schlimmste ist ja, wenn man schon freitags spielt. Du spielst schon freitags, verlierst das Spiel und das ganze Fußballwochenende liegt ja eigentlich noch vor dir und du hast schon keinen Bock mehr. Also das ist das Allerschlimmste. Wenn du wenigstens Sonntagabend irgendwie noch verlierst, dann hast du mit der Hoffnung, das Spiel zu gewinnen, wenigstens noch ein schönes Fußballwochenende gehabt. Ja, das ist natürlich bescheiden. Und da geht es einem wirklich scheiße, wenn der Klub verloren hat. Erst recht, wenn man live dabei war. Und was ich meinte mit Fluch und Segen, mit Familie und so weiter, ist ja einerseits ist es natürlich schwierig, dann die Überlaunigkeit, die man dann so mitbringt, einfach hinter sich zu lassen. Aber auf der anderen Seite ist das dann ja auch eine Chance, es in der Tat hinter sich zu lassen. Also ein bisschen Ablenkung zu kriegen, zu sehen, dass das Leben doch auch neben dem Fußballplatz weitergeht. Wenn man Kinder hat, dann hat man ohnehin keine Chance, die ganze Zeit noch dem Spiel nachzuhängen. Die werden schon dafür sorgen, dass man auch auf andere Gedanken kommt. Insofern hat das eine positive und eine negative Seite. Auf der einen Seite kann man sich nicht in seinem Unglück suhlen, aber auf der anderen Seite ist das ja vielleicht auch ganz gut, wenn man dann mal schnell wieder in eine andere Rolle kommt. Aber es ist in der Tat, das ist die negative Seite am Fan-Dasein, dass einem so eine Niederlage wirklich das Wochenende verhageln kann, auch wenn ich dir recht geben muss, es ist auch bei mir besser geworden. Es hängt immer auch so ein bisschen von der Erwartungshaltung ab, die man in sich selber aufbaut. Also wenn man so eine Euphorie in sich aufkommen lässt und die wieder stundenstandslos immer höher schraubt, dann wird man im Zweifel tiefer fallen, als wenn man so ein bisschen geerdet bleibt. Ist das an der Stelle vielleicht ein Vorteil von Fans, die Fan einer Fahrstuhlmannschaft sind, dass die Erwartungen vielleicht, also das ist ja gerade so ein Kölner Spezifikum gewesen, zwei Spiele gewonnen und schon ist der Europapokal zum Greifen nah, dass man nach diversen Abstiegen in nur 20 Jahren so ein bisschen realistischer bleibt und auch vielleicht das Erwartungsmanagement bei einem selber da ein bisschen realistischer funktioniert? Das könnte man so sehen. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass diese immer wieder kolportierte Behauptung, FC-Fans würden irgendwie nach einem Sieg gleich wieder vom UEFA Cup oder der Meisterschaft oder der Champions League wenigstens träumen, dass die überhaupt nicht stimmt. Also ich glaube, die Fans haben jetzt über Jahrzehnte so viel mitgemacht, dass die sehr viel realistischer sind als zum Beispiel die Medien. Und man ist schon als Fahrstuhlmannschaft auch froh, wenn man so solide dasteht, dass man nach Möglichkeit nicht in Abstiegskampf gerät. Die Träume von mehr, die kommen wirklich auch erst dann auf, wenn wie die Saison vorm Abstiegsjahr man dann plötzlich tatsächlich nach den Sternen greifen kann und mit zwei Siegen irgendwie am Ende nochmal in den UEFA Cup kommen kann. Ansonsten ist man als Fan einer Fahrstuhlmannschaft bescheiden geworden. Das muss man schon sagen. Als ich den Fußball so richtig kennengelernt habe, aufgesaugt habe, da war der FC dreimal hintereinander Vizemeister und hat sich immer einen Zweikampf mit dem FC Bayern geleistet. Und die jungen Fans, die können das nur noch irgendwie in der Historie nachschauen. Die kennen den FC teilweise gar nicht anders als als Fahrstuhlmannschaft. Und ich glaube schon, dass sie eine sehr realistische Erwartungshaltung durchaus mitbringen. Aber das schützt natürlich nicht davor, dass man, wenn man eben mit Herzblut dabei ist und dann vielleicht doch nach zwei, drei Siegen euphorisch wird, dass es einen dann trotzdem hart trifft, wenn dann irgendwie das Spiel zu Hause gegen Augsburg oder Freiburg verloren geht. Und da bin ich ganz bei dir. Natürlich denkt man auch als Fan immer von Spiel zu Spiel und kann auch ein grottiges Spiel aus der Woche davor irgendwo ausblenden, wenn das nächste läuft. Trotzdem mal die Frage an dich. Was würdest du dir jetzt so als Fan mehr wünschen, dass deine Mannschaft, wenn sie schon nicht um den Aufstieg spielt, zumindest so ein bisschen bis zuletzt die Spannung offen hält, dass sie quasi, ja, dass irgendwo Spannung ist dadurch, dass sie abstiegs-, zumindest potenziell abstiegsgefährdet ist? Oder würdest du im Vorhinein sagen, okay, die bleiben die ganze Saison über sicher irgendwo zwischen neun und zwölf in der Tabelle und es ist weder groß Luft nach oben noch Luft nach unten? Ja, also mir persönlich ist es am liebsten, dass immer zwei, drei Spiele Abstand wenigstens zum ersten Abstiegsplatz liegen. Also wenn du so die sechs, sieben, acht, neun Punkte Vorsprung hast, vielleicht auf den 15., dann soll mir das reichen, je nachdem, wie die Saison läuft, wie die Mannschaften punkten, hat man dann vielleicht sogar mal Anschluss nach oben. Aber also ganz ehrlich, UEFA Cup, schön und gut. Wenn wir damals nicht abgestiegen wären ohne UEFA Cup, dann hätte ich gerne auf die Spiele gegen Arsenal, London und Co. verzichtet. Auch wenn es einen geilen Fanmarsch gab in London, großartige Erinnerungen sicherlich auch bei vielen Fans. Am Ende des Tages ist für mich immer die Bundesliga das Nonplusultra. Und ja, also solange die Mannschaft im sogenannten gesicherten Mittelfeld spielt, ist für mich das eine gute Saison. Ja. Wie siehst du eigentlich so die Situation von anderen Fans oder anderen Mannschaften? Wenn du jetzt mitkriegst, es gibt ja, gibt ja, weiß Gott, mehr Fahrstuhlmannschaften im Bundesliga-Fußball. Sei es jetzt Nürnberg, sei es Bielefeld, sei es Bochum. Hast du da, also ich will nicht sagen, leidet man mit, aber hast du da, hast du da irgendwie sowas wie Mitgefühl mit diesen Fans? Oder auch wenn andere Klubs Stuttgart jetzt das zweite Mal absteigen, Hamburg meinetwegen nicht hochkommt? Und ungeachtet der Tatsache, dass man vielleicht mit den Klubs sich nicht unbedingt identifizieren würde, hat man da Mitgefühl mit den Fans, die ja auch Tag ein, Tag aus jede Nachricht aufsaugen ihres Vereins und dann am Ende der Saison mit leeren Händen oder gar mit großer Enttäuschung dastehen? Ja, absolut. Ich meine, man hat ja immer in seinem Freundeskreis dann doch ein breit gefächertes Spektrum an Vereinen, an Fans von Vereinen, ob das jetzt im Büro ist oder im privaten Freundeskreis. Und wenn jetzt ich mal den VfB Stuttgart nehme, das war sehr, sehr bitter jetzt für die Stuttgarter Fans. Das kann ich absolut nachfühlen, weil man genau weiß, wie sich das anfühlt. Wenn man das selber mal erlebt hat, dann weiß man, was die Jungs jetzt fühlen oder gefühlt haben. Und das ist heftig. Und man kann natürlich mittlerweile als Köln-Fan, wo man so viele Ab- und Aufstiege hinter sich hat, dann schon fast ein bisschen Trost spenden und sagen, jeder mit relaxt um, ihr kommt wieder hoch früher oder später und die Welt geht dadurch nicht unter. Ich weiß das ganz sicher. Also insofern, ja, man kann mitfühlen und nachfühlen, was die durchmachen. Aber man kann auch sagen, also das Leben geht weiter. Die Mannschaften kommen ja meistens wieder hoch. Allerdings, wenn man dann in so einer Situation ist wie der HSV, in der Haut zum Beispiel möchte ich jetzt nicht stecken. Mit den finanziellen Sorgen, die die auch haben, die stehen schon gehörig unter Druck. Nächstes Jahr, da möchte ich nicht Fan sein, da möchte ich nicht unbedingt aufsteigen müssen. Weil irgendwann, das haben andere Vereine ja auch schon miterlebt, geht dann der Zug nochmal weiter runter. Ja, Kreiseslautern ist so ein Beispiel, die auch eine große Fanbase haben. Und wirklich, wo der Verein, man kann es von außen schlecht beurteilen, aber wo man auch das Gefühl hat, da ist mehr im Argen als nur das Sportliche. Das, wie gesagt, steht mir nicht zu zu beurteilen. Ich bin auch nicht so tief drin, aber man kriegt das schon so ein bisschen vermittelt über die Medien oder auch andere Fans, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, dass sozusagen der Wurm da nicht unbedingt nur im Sportlichen ist. Ja, absolut. Man sieht, Kreislautern ist ein gutes Beispiel. Was haben wir früher als Köln-Fans geflucht, wenn wir gegen die gespielt haben? Da hatten wir vor allem zu Hause, aber insgesamt eine super negative Statistik. Da haben wir mal, glaube ich, sogar mit zwei Mann mehr zu Hause nicht gewonnen. Das war ultra peinlich. Zwei rote Karten und wir haben dann noch irgendwie in Überzahl noch einen Ausgleich gekriegt. Und jetzt hängen die da in der dritten Liga fest. So kann es gehen. Wir haben die wirklich nicht gemocht. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, war immer eine geile Stimmung am Betze. Die haben eine riesen Fangemeinde, haben immer tolle Stimmungen gemacht. Und jetzt kämpfen die da ja um ihr Überleben, sind auf irgendwelche Investoren angewiesen, auf die sie nicht angewiesen sein möchten, haben ein Stadion, was problematisch ist. Also da kommen dann, wenn man einmal runterkommt, da kommen dann so viele Probleme, kommt eins zum anderen. Und ja, das ist etwas, was man so beim FC immer noch verhindern konnte, aber was durchaus kommen kann. Und das ist etwas, was auch so einen HSV treffen kann. Das muss man ganz ehrlich sagen. Denn den Aufstieg kann in Hamburgern keiner garantieren. Und die Finanzen sind, wie sie sind da im hohen Norden. Und andere Mannschaften, die früher mit großem Namen in der ersten Liga gespielt haben, die sind teilweise auch in der Regionalliga wieder zu finden. Ja, also ich muss sagen, der 1. FC Kaiserslautern, der ist bei mir persönlich irgendwo auf einem halbwegs positiven Blatt geschrieben. Das ist ja auch oft mit eigenen Erlebnissen verbunden. Als Fan habe ich sie auch, natürlich, wenn sie gegen Köln spielen, nie gemocht. Aber als Verein, mein bester Freund aus Kindheitstagen war Kaiserslautern-Fan. Und das prägt dann vielleicht, dass man dann so mit einem zweiten Auge zumindest sich freut, wenn sie nicht gerade gegen den eigenen Verein spielen, wenn die dann eine ganz gute Saison spielen. Und ich muss auch sagen, Thema Emotion und Fußball, das war auch wirklich mal eine geile Saison, als die aufgestiegen sind und direkt Meister geworden sind. Das ist für mich so etwas, was der Fußball schreibt. Das ist so ähnlich wahrscheinlich wie Leicester City in England, dass die hochkommen und dann als völliger Underdog auch so gegen arrivierte Clubs. Ich erinnere mich, das Auftaktspiel war ja, glaube ich, gegen Bayern. Das habe ich noch irgendwo live in der Kneipe gesehen. Und dann, wenn ich mich nicht täusche, war es sogar Olaf Marschall, der dann die Bayern damals im Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison abgeschossen hat, also im Sinne von das entscheidende Tor gemacht hat. Und am Ende dieser Saison sind die dann auch vor den Bayern noch Meister geworden. Das ist so für mich auch eine der Fußballgeschichten, unabhängig davon, wie man zu dem Klub jetzt selbst steht, die das einfach total spannend machen, die das einfach auch guckenswert, liebenswert machen. Und damit bin ich eigentlich bei dem Thema Gegenwart und Zukunft des Fußballs. Da muss man einfach, wenn man den Blick so auf die aktuelle Situation richtet, ja auch feststellen, dass da zum einen für mich die Durchlässigkeit im Fußball, im Profifußball generell, was die Klubs anbelangt, deutlich größer geworden ist. Vielleicht täuscht mich das, aber so die Hoffenheims, die, wie sie alle heißen, auch in den unteren Ligen, die angeblichen oder nicht nur angeblichen Dorfklubs, die da wirklich sehr ambitioniert nach oben streben, zeigen, dass diese Durchlässigkeit auch finanziell gestiegen ist oder gestiegen zu sein scheint. Und dann sind da natürlich so Fußball, globale Fußballthemen, wie die WM-Vergabe nach Russland und Katar, wie ein Europapokal-Endspiel in Baku oder auch der umstrittene Videobeweis, wo man sich dann einfach fragen muss als Fan, macht das die echten Emotionen in diesem Sport irgendwo kaputt? Also siehst du da ein Potenzial, dass solche doch sehr monetär getriebenen, machtpolitisch getriebenen Entscheidungen im Fußball, im Profifußball dann auch sozusagen das Fanherz irgendwann abkühlen lassen? Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich sofort bejahen. Also es gibt sicherlich, gibt und gab in der Vergangenheit schon etliche Diskussionen über die Konzepte in Hoffenheim und in Leipzig, um jetzt mal zwei der jüngeren Geschichte in der Bundesliga zu nennen. Und für mich persönlich, für mich persönlich werden durch solche Clubs auch Emotionen kaputt gemacht beziehungsweise Emotionen geschürt, die man eigentlich nicht unbedingt im Fußball sehen möchte, nämlich, dass man einfach dann mit einem gewissen Protest diesen Vereinen entgegentritt, was man ja am liebsten eigentlich nur im sportlichen Bereich machen möchte. Aber meine persönliche Meinung ist, dass die früher war es so, wenn du eine geile Mannschaft hattest, dann hast du auch einen guten Sponsor gekriegt und dann bist du einfach quasi durch deine Arbeit, die vielleicht sogar auch durch die Fans positiv beeinflusst wurde, wenn du eine große Fangemeinde hattest, dann konntest du dir das sozusagen ein Stück weit selber erarbeiten. Aber wenn du dann so einen Club nimmst wie Hoffenheim, der dann von heute auf morgen Millionen kriegt, der hat ja nicht erst den geilen Club gehabt und dann den Sponsor, der das Ganze unterstützt hat, sondern da kam quasi erst die Kohle und dann der Erfolg. Und das stellt das Ganze für mich auch im Kopf. Also das ist meine persönliche Meinung. So ein Konstrukt wie Leipzig finde ich ist noch schlimmer. Das geht gar nicht. Kaufst du da so einen Fußballclub, willst du noch nicht mal Mitglieder haben, das nimmt dem Fußball auf jeden Fall Authentizität, finde ich. Das Gegenargument an der Stelle ist ja immer, dass auch so diese Franchise-Modelle aus den USA, im Fußball, aber auch im US-Sport, auch über viele Jahre sehr begeisterte Fans hervorgebracht haben, wo ich dann dagegen halten würde, dass die vielleicht das Glück haben, dass die Fans sich dafür begeistern und dass sie Fans finden. Aber wenn man dann sieht, dass zum Beispiel die LA Rams, die vorher, glaube ich, in St. Louis waren und vorher schon mal in LA, also dass diese Franchise-Lizenzen hin und her in Städte manövriert werden und dann einfach eine komplette Fanbase zurücklassen, da sieht man auch, wie rücksichtslos vielleicht, wenn man das bis zu Ende denkt, dann mit den Emotionen, die diese Fans aufgebaut haben, umgehen kann. Deswegen ist für mich persönlich dieses Argument, ja, in Amerika klappt das ja auch mit begeisterten Fans und vollen Stadien, ein falsches Argument, weil es einfach nur die Rücksichtslosigkeit unterschlägt, mit der trotz allem dort agiert wird. Ja, absolut. Ich meine, was hat denn eigentlich RB Leipzig mit Leipzig zu tun? Die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Die haben ja sogar ihre zweite Mannschaft meines Wissens abgeschafft. Jedenfalls, da ist das Ziel, ja, diese Übernahme des Clubs oder diese Neugründung, die ist ja eigentlich, die könntest du überall machen, überall, wo du Platz für Infrastruktur hast, die du dafür brauchst. Du hättest, das hätte auch einen ganz anderen Ort treffen können. Genauso wie mit Hoffenheim, auch wenn das vielleicht da regional in der Gegend liegt, wo der Herr Hopp auch lebt oder aufgewachsen ist, das weiß ich gar nicht so genau. Jedenfalls ist diese emotionale Bindung, finde ich, zur Stadt, die emotionale Bindung zu einer Geschichte, die ein Verein hinter sich hat, wie er da erstmal hingekommen ist, die ist ja überhaupt nicht vorhanden. Also ich glaube, die örtliche Beziehung, soweit mich das nicht täuscht, kommt durch seine Firma SAP, die dort zu Hause ist. Und ich habe mal gelesen, dass der erste Antritt, den er machen wollte, gar nicht der war, sein Dorfverein, sein Heimatverein nach oben zu kaufen, sondern dass er mal einen Antritt bei Waldhof Mannheim gemacht hat. Immerhin ein bekannter Name im Fußball, die auch schon mal erstklassig gespielt haben. Wäre das jetzt für dich eigentlich was anderes, wenn der Name zumindest, also die Verpackung, die noch eine Traditionsmannschaft ausdrückt, aber der Inhalt eigentlich nichts anderes ist als ein 1899 Hoffenheim? Nee, also das finde ich jetzt, das fände ich nicht viel besser. Also natürlich, man kriegt immer entgegengehalten, was würdest du denn machen, wenn da ein Investor dir plötzlich 100 Millionen anbietet oder so? Da würdest du auch nicht Nein sagen oder wenn da der und der käme. Aber das sehe ich gar nicht so. Man sieht ja, dass viele Fans solche Geschenke gar nicht annehmen wollen. Wenn ich jetzt mal gucke, die Reaktion der Paderborner Fans, die ich allererste Sahne finde, ehrlich gesagt, die gesagt haben, wir wollen diese Kooperation mit RB Leipzig nicht und wenn ihr das nicht kündigt, dann kündigen wir euch erstmal die Unterstützung. Da sieht man ja auch, dass es den Fans um viel mehr geht als um Erfolg. Aber denen geht es auch um Authentizität. Genau, genau, richtig. Darum geht es, dass man sich identifizieren kann. Ich muss mich doch auch mit dem Erfolg auch irgendwie identifizieren können. Was habe ich davon, wenn der FC morgen irgendwie aus China oder Saudi-Arabien oder sonst woher ein, zweihundert Millionen geschenkt kriegt und dann plötzlich Champions League spielt oder irgendeinen Titel holt, das ist ja dann nichts, was der FC sozusagen aus sich selbst heraus entwickelt hat. Das ist etwas, was mich arg stören würde und wo ich glaube, dass das auch vielen anderen Fans so geht, die auch diese Identifikation mit ihrem Klub dann verlieren würden. An der Stelle muss man dann eigentlich den Bayern-Fans zugestehen, zu denen ich meine eigene Meinung habe, warum sie vielleicht Bayern-Fan sind, weil sie den Erfolg abonnieren wollen. Aber man muss ihnen an der Stelle wahrscheinlich zugestehen, oder dem Verein zugestehen, dass den Erfolg, den er heute hat und über all die Jahre hat, nicht erkauft hat. Also natürlich heute ein Stück weit, indem man die Spieler von anderen Vereinen verpflichtet, aber das Geld wurde ja selber durch die eigenen Erfolge verdient. Ja, zu den Fans sagt ja jemand immer, den ich gut kenne, die Bayern haben keine Fans, die haben Zuschauer. Jetzt möchte ich aber hier niemandem auf die Füße treten. Ich bin, wie gesagt, weiß Gott, kein Bayern-Fan und habe auch meine eigene Meinung zu dem Gros der Bayern-Fans. Ich glaube, Erfolg macht auch irgendwo attraktiv und es gibt Leute, die vielleicht dann auch genau das suchen im Fußball. Aber ich bin mir sicher, dass es auch unter den Bayern-Fans, und ich kenne sie auch, richtige Hardcore-Emotionalisten gibt, die, auch wenn es mal nicht so gut läuft, das sind da vielleicht andere Ziele, die dann nicht erreicht werden, als die, wenn man Fan einer Fahrstuhlmannschaft ist. Ja klar, die brechen dann zusammen, wenn sie Zweiter werden. Das gibt es auch. Aber auch die haben, glaube ich, auch das sind Gefühle. Auch wenn man den Ersten anpeilt und man wird nur Zweiter. 100 Prozent oder 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle, ja. Aber um noch kurz zu den Bayern auch zu kommen. Ja und nein, würde ich sagen. Also einerseits, ich habe schon vor seiner Steueraffäre immer durchaus Respekt vor dem Lebenswerk, wie man es so nennt, von Uli Hoeneß gehabt. Wenn man guckt, der FC Köln und der FC Bayern, die hatten ja ähnliche Ausgangspositionen. Und wo steht jetzt der FC Bayern, wo steht jetzt der 1. FC Köln? Da muss man sagen, da haben die im Süden wohl einiges richtig gemacht. Und leider hier im Westen einiges falsch gemacht. Also schon auch Respekt davor, wie die da gearbeitet haben. Auch wenn die Rahmenbedingungen nie hundertprozentig vergleichbar sind. Was mich stört am FC Bayern in dieser Tage und an dem Erfolg, ist, dass man das auch ein Stück weit dadurch durchaus mit beeinflusst hat, dass man eben in den entsprechenden Gremien auch die Champions League so organisiert hat, dass man sich dort finanziell extrem absetzen kann. Ich weiß nicht, 90 Millionen, glaube ich, hatten sie mal allein aus der Champions League für ein Jahr gekriegt, wo sie nur das Halbfinale erreicht hatten. Und das ist ja jetzt nichts, was vom Himmel fällt, sondern da sind ja Leute wie Rummenigge und Co. sehr aktiv, wie das mit den Fernsehgeldern und der Verteilung und so weiter organisiert wird. Und man muss einfach nur in die Historie gehen und sagen, seit Einführung der Champions League, seit der Europapokal der Landesmeister abgeschafft wurde, seitdem geht die Schere wirtschaftlich zwischen den Klubs, die Champions League dauerhaft spielen, das ist in Deutschland ja vor allem Bayern, auch dann jetzt mit Abstrichen Dortmund, die Schere geht extrem auseinander und das ist der Organisation dieser europäischen Wettbewerbe geschuldet, die letztlich auch maßgeblich durch die Bayern mit beeinflusst wurde. Es ist nicht so, dass da irgendjemand was entschieden hat und die Bayern hatten damit nichts zu tun. Und das ist etwas, was mich stört. Also das ist jetzt heute nicht das Thema. Heute sind die Emotionen das Thema. Ist auch eine Emotion. Ist auch eine Emotion. Da kann man auch emotional auf reagieren. Genau, aber die Champions League ist für mich doch so ein Stück weit die Wurzel des Übels, was so die Ungleichheit nicht nur im deutschen Fußball, aber jetzt sprechen wir vom deutschen Fußball angeht. Ja, du sagtest, auch die europäische Organisation, das habe ich ja eingangs schon gesagt, bei dem Blick in die Zukunft, kriegt man da nicht, also ich kann ja von mir einfach mal sprechen, ich persönlich kriege das Kotzen, wenn ich sehe, dass Entscheidungen wie eine WM-Vergabe, wie Baku, Europapokal-Endspiele und derlei Dinge, wo auch klar ist, dass die eigentlichen Fans dort vielleicht gar nicht Teil ihres Highlights werden können, nämlich vor Ort ihrer Mannschaft zuzuschauen, dass sowas ganz offensichtlich, und da gehört auch die Champions League dazu, sehr stark monetären Interessen dient. Und dass dort eben Entscheidungen über den Fußball hinaus getroffen werden, so Wirtschaftsentscheidungen, die man vielleicht von anderen Wirtschaftsunternehmen erwarten würde und auch da nicht gutheißen muss, die den Fußball letzten Endes auch gefährden. Also ich persönlich glaube nicht, dass der Fußball jemals kaputt gemacht werden kann. Er wird sich vielleicht anders organisieren, aber es ist trotz allem, sehe ich da eine Gefahr, dass das sich komplett zersplittert, dass echte Gefühle, echte Emotionen vielleicht dann nur noch auf Amateur-Leveln stattfinden können oder zumindest unterklassigen liegen, wo man dann einfach akzeptiert, dass man nicht auf der ganz großen Bühne zu Hause ist, dafür aber echte Gefühle eben transportiert bekommt. Ja, absolut. Also das ist ja so ein Stück das Stichwort Kommerzialisierung des Fußballs. Also Gewinnmaximierung darf nie das erste Ziel im Sport sein, im Fußball, davon reden wir jetzt. Denn dann ordnest du ja immer das Sportliche und die Emotionen letztlich den wirtschaftlichen Bestrebungen unter und damit gehen Emotionen verloren. Also ich persönlich finde, wenn ich mir die Premier League angucke, natürlich wird da ein geiler Fußball gespielt. Aber das ist ein Hochglanzprodukt geworden, wo ich sage, ich verzichte lieber auf die Kohle und habe dafür die Emotionen. Also lieber irgendwie ein bisschen mehr Geholze in der Bundesliga und ein fieses 1 zu 1 zwischen irgendwie, weiß ich nicht, Köln und Freiburg, als wirklich den Erfolg der Mannschaft mehr oder weniger vom Erfolg des Einsammelns von Investorengeldern abhängig zu machen. Das finde ich kann es nicht sein und genauso ist es ja auch, du sprachst es an, Fußball, WM, EM. Es werden immer mehr Mannschaften, jetzt sollten es 48 werden. Was soll das? Was soll das Ganze? Man muss wirklich mal wieder dahin zurückkommen zu sagen, wofür ist der Fußball eigentlich da? Und der Fußball ist dafür da, dass er Spaß, dass er Freude transportiert, dass er Menschen begeistert und nicht dafür, dass irgendwie die FIFA, die UEFA irgendwie Rekordeinnahmen haben. Das macht wirklich Emotionen kaputt. Und wenn ich mich im Freundesfußballkreis umhöre, dann ist das ja fast vereinsübergreifend fast Konsens. Also jeder hat irgendwie das Gefühl, dass hier das Rad überdreht wird. Viele gucken sich schon teilweise Amateurfußball mehr und mehr an, was ja für den Amateurfußball gut ist, weil der ist ja auch dann insoweit ehrlicher. Aber das ist eine totale Fehlentwicklung. Und ich muss sagen, die WM, EM, die haben für mich an Stellenwert verloren, ganz eindeutig. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das geht mir genauso. Und ich habe inzwischen nicht mal mehr, das mag aber auch an der enttäuschten letzten WM liegen, nicht mal mehr Lust, Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft mir anzugucken, was auch so für mich neu ist. Vielleicht als kleinen Ausblick zum Abschied, zum Ende. Du bist ja auch in meinen Augen ein ausgewiesener Fußballexperte, der sich immer Gedanken macht, insbesondere auch sehr erfolgreicher Fußballmanager in diversen Fußballmanagerspielen. Wie beurteilst du denn die neue bevorstehende Bundesliga-Saison? Wer wird es machen vorne? Wer wird vielleicht abstiegsgefährdet sein? Und vielleicht hast du sogar noch einen Gedanken, wer von unten hochkommen könnte. Es sind ja einige arrivierte Mannschaften jetzt auch in der zweiten Liga, die, wir haben darüber gesprochen, ob jetzt Fahrstuhlmannschaft oder nicht, die den Druck haben, auch wieder aufzusteigen. Fangen wir mit dem letzten an. Also ich denke mal, die besten Rahmenbedingungen wirtschaftlich hat der VfB Stuttgart. Die stehen sehr gesund da, aber da muss im Verein relativ viel gearbeitet werden. Da muss eine Philosophie rein, aber ich setze doch sehr auf die Stuttgarter. Das ist mein Favorit. Dann klar, natürlich Hannover, HSV. Vielleicht hat der HSV sogar den Vorteil, dass er jetzt so ein bisschen weiß, was gefordert wird in der zweiten Liga. Die Einkäufe finde ich gar nicht so dumm, die sie gemacht haben. Kinzombi zum Beispiel in der ersten Liga. Klar, der Meister ist ja leider immer gesetzt. Und nächstes Jahr wahrscheinlich noch viel mehr als dies Jahr, weil Uli Hoeneß hatte es ja auch angekündigt, dass man angreifen möchte wieder am Transfermarkt. Insofern ist da oben eigentlich, das ist ja leider so, da ist es eigentlich gar nicht so wahnsinnig interessant. Dann hast du noch Dortmund, Leipzig. Da weißt du jetzt schon wieder, dass die eine gute Saison spielen. Da ist dann wieder nur noch die Frage, wer kommt da irgendwie noch als Viertes dazu? Schafft es mal so eine Frankfurter Eintracht, die ja übrigens eine geile Saison gespielt haben und mit dem UEFA Cup allen Spaß gemacht haben. Und was ich auch an der Stelle betonen möchte, zumindest mich auch mit so Aktionen wie dem Ticketspenden für das Baku-Endspiel für Waisenkinder irgendwie es zumindest geschafft haben, sich ein bisschen von den sonst so auch sehr starken Hooligan oder Gewalttäter-Image freizumachen. Also wenn man sich so die Europapokalspiele angeguckt hat, dann wurde man ja fast gezwungen, neidlos anzuerkennen, dass das schon auch richtig geile Fans sind, die ordentlich Stimmung gemacht haben. Ja, absolut. Das war als Zuschauer ein echter Genuss. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also das war ja großartig, was die zu Hause und auswärts für Stimmung gemacht haben, was die an Fans mitgebracht haben auswärts. Und das, obwohl sie sich dann teilweise auch schlecht behandeln lassen müssen, da in Frankreich. Das war eine Riesenwerbung für Frankfurt und für den Fußball. Das muss man anerkennen. Das ist wirklich großartig gewesen. In so einer Mannschaft, da wünscht man das natürlich dann mal auch, dass sie Vierter wird. Wer das dann sein wird, das ist dann wieder so ein bisschen, denn wer spielt mal die bessere Saison? Das sind dann ja Kleinigkeiten, die da den Unterschied ausmachen. Interessanter ist eigentlich immer dann, finde ich, die Abstiegsfrage. Da hast du dann potenziell sieben, acht Mannschaften, die da es treffen kann. Und ja, also ich persönlich denke fast, dass Augsburg ein schweres Jahr hat, denn da kommt der Schmidt als neuer Trainer vorbei, macht erstmal irgendwie ein gutes Heimspiel. Da haben sie irgendwie Stuttgart 6-0 oder so weggehauen. Aber dann, was dann kam, das ist ja irgendwie teilweise unbeschreiblich. Ich meine, so ein 8-1 in Wolfsburg, auch wenn der Klassenhalt geschafft war, bei allem was recht ist, und auch andere Spiele waren nicht mehr so prickelnd. Also für mich gehen die mit dieser, so ein bisschen mit dieser Hypothek der schlechten letzten Spiele in die neue Spielzeit. Natürlich gibt es auch andere Mannschaften. Die Aufsteiger sind immer Kandidaten für einen direkten Wiederabstieg. Normal müsste man meinen, der FC hätte ganz gute Karten, weil da sind ein paar Spieler bei, von denen man denken könnte, sie haben in der ersten Liga weniger Probleme als in der zweiten. Wenn ich da so an so einen Schaub denke und auch so einen Drechsler, der ja schon eine herausragende Zweitligasong gespielt hat, die sind technisch stark, die Jungs. Dann könnte man schon denken, dass die in der ersten Liga eine gute Rolle spielen. Aber der FC muss natürlich der Defensive richtig nachlegen. Da weine ich auch noch immer schon ein Stück weit dem Dominik Heinz hinterher. Union Berlin, Paderborn. Ja, Paderborn. Jetzt gerade mit RB, jetzt haben sie so ein hausgemachtes Problem. Solche Sachen, solche Störfeuer, das hat man ja auch in Hannover gesehen, die Auseinandersetzung mit Kind. Das kann ein Verein richtig Punkte kosten. Das kann ein Verein richtig Prozente kosten. Mal gucken, was in Paderborn jetzt so passiert. Union Berlin persönlich finde ich einfach geil. Großartig, dass so eine Mannschaft mal erste Liga spielt. Da hoffe ich, die steigen nicht ab. Aber alle drei Aufsteiger sind natürlich auch Kandidaten für einen direkten Wiederabstieg. Düsseldorf wird bestimmt ein schwierigeres zweites Jahr haben. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der da geglänzt hat, auch verkauft wird oder weggekauft wird, wie auch immer man das sehen möchte. Insofern, das wird spannend. Dann ist immer jemand, irgendeiner noch überraschend mit unten drin. Genauso wie ich es überraschend fand, dass Mainz überhaupt gar keine Probleme hatte. Die haben im Vorbereitungsspiel noch gegen Köln eins auf die Mütze gekriegt, im Sportpark Nord in Bonn. Und dann rennen da Typen rum in der Mannschaft. Da habe ich überhaupt noch nie von gehört. Ich gucke mir wirklich schon allein wegen des Kicker-Manager-Spiels, wo ich mitmache, echt die Mannschaften auch aller Mann, aller Erstligisten auch genauer an. Aber das sind Leute, von denen ich noch nie was gehört hatte, die da jetzt geglänzt haben, sieben, acht Tore gemacht haben, von denen du vorher noch nie gehört hast. Also man muss irgendwie sagen, die Mainzer haben ein Hähnchen dafür, ja so Leute groß zu machen, Transfers zu tätigen, die keiner auf der Rechnung hatte. Insofern Mainz. Diesmal sehe ich sie nicht unten drin. Vielleicht kommt es aber auch anders. Ja, jetzt haben wir hier einen richtig schönen Rundumschlag, einmal durch die erste, zweite Bundesliga und teilweise auch dritte Liga gemacht. An der Stelle möchte ich natürlich alle unsere Zuhörer gerne ermutigen, sich hier zu beteiligen, Kommentare dazulassen oder sich zu melden, um selber hier einen kleinen O-Ton abzugeben. Wir wollen, wie gesagt, alle Emotionen und alle Vereine und alles im Fußball beleuchten, selbst die ganz abseitigen Sachen. Also meldet euch, macht mit, lasst von euch hören. Ich danke hier meinem heutigen Gast im Benanza-Podcast-Bus, dem Samme, und möchte ihm natürlich noch die Gelegenheit am Schluss geben, die letzten Worte hier in die Runde zu schmeißen. Gibt es etwas im Fußball, was du schon immer mal sagen wolltest, was du loswenden wolltest und in die große, weite Fußball-Community kommunizieren wolltest? Jetzt ist die Chance dazu. Jetzt ist die Chance dazu. Ja, ich glaube natürlich immer noch an Wunder und träume noch von einer Schale auf dem Rathausbalkon in Köln. Sehr gut. Ich kann das in der Stelle wirklich nur unterstützen. Auch das wäre neben meinem Seitfallzieher-Traum ein häufig geträumter Traum, den ich sofort mitträumen möchte. Wie gesagt, bleibt uns wohl geneigt, empfehlt uns, liked und edit und followed uns und auf jeden Fall bleibt gesund und fanatisch. Bis dahin zur nächsten Folge. Vielen Dank, Samme und schönen Tag allseits. Ciao, ciao. Ciao. Ich habe fertig. Fertig. Fertig.